Oh, okay. Der mit da endet also nicht. Ah, den erledigen wir einfach so wie den anderen. So, und dann so. Der kann doch gar nichts. Ja, wirklich sehr spektakulär. Ich krieg mich nicht vor Überraschtheit, ja. Dammit, aber... Er macht schon... Hallo? Ja. Gefällt mir nicht. Aber gut. Was zur Hölle war das? Ein Dimensionenwandler, würde ich jetzt mal sagen. Cat! Cat! Ich bin hier. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wo ist Virgil? Keine Ahnung. Er ist vermutlich im Serverraum, dem Optagon. Aber er könnte im Limbus gefangen sein. Kommen wir zu ihm. Keine Ahnung. Ich sitze hier fest. Kann ich vom Limbus aus helfen, dich zu befreien? Denk nach! Ja, das könnte einen Weg geben. Ich werde dich fühlen. Dann tu das mal. Oh, das war die Mission schon, okay. Na dann, Mission abgeschlossen. Mit B. Okay. Das erste Mal, dass ich kein S oder A bekomme. Okay, gut. Ja, warum nicht? So, Verbesserung. Und Osiris. So. Ich würde mal sagen. Hm. Ja. Und... Wir können ja eigentlich auch Dinge verkaufen. Oder habe ich da... Ich glaube, das habe ich mir irgendwann mal... Das habe ich irgendwo gehört. Oder... Naja. Hm. Na gut, dann habe ich auf B gedrückt. Verdammt. Fortfahren. Mission beginnen. Ich denke, es gibt dort einen alten Tunnel. Vielleicht können wir dort lang entkommen. Wir brauchen noch eine Fregado. Sie brechen durch. Ich habe eine Idee. Ich stecke im Limbus fest. Von hier kann ich sie nicht aufhalten. Ja, kannst du. Ich sprühe. Du reißt die Decke runter. Dort. Jetzt zieh. Ah. Natürlich. Fuß nochmal. Hey, er steckt dir das weg. Sehr gut. Das gleiche nochmal. Na komm. Jawoll. Geht's dir gut? Ja. Komm schon. Los jetzt. Jetzt. Ja, so geht natürlich in Deckung. Genau vor dem Teil. Nö, warum auch nach rechts und nach links laufen, wo Deckung ist? Man steht einfach da vor rum. Wenn das so ist. Ja, ich bin vor dir. Just saying. Wie sie immer auf uns guckt. Das sieht richtig komisch aus. Sehr schön. Oh, wie gern ich würde. Scheiße. Cat, beweg dich nicht. Sehr gut. Er ist weg. Los geht's. Okay. Geht's dir gut, Cat? Ja. Es geht mir gut. Ähm... Ja, ich würde mal sagen, die Tür. Gibt ihr sonst keine Anricht? Nicht, Captain Obvious. Oh, sehr schön. Cat, versteck dich. Schnell in den Raum und versteck dich. Der Serverraum. Ah, okay, okay, okay. Hey, du, Hände auf den Krupp. Ich hab das Mädel. Jetzt schaffe ich dich, du feine Hund. Jawoll. Das sieht für mich zumindest das Server aus. Der ist ein eindeutig Server. Aaron, töten Sie alle. Wir sind Terroristen. Wo ist also Virgil? Das waren meine Freunde. Mir ist schlecht. Dafür werden Sie bezahlen. Aber jetzt müssen wir erst mal Virgil finden. Richtig. Wir sind durch. Nein, wie groß ist der Komplex hier eigentlich? Der ist ja abartig. Holy shit. Wow, das sieht ziemlich edel aus. Ist auch überhaupt nicht übertrieben, der Stuhl. Also bitte. Der kann doch gar nichts. Na, komm mal her. Und frisst. Aber der wird es ja gar nicht wirklich. Was soll denn die Scheiße? Also sonst war es auch immer irgendwie anspruchsvoller. Aber irgendwie, nö. Jetzt nicht. Danke, Dante. Kat, du bist am Leben. Gibt es einen Weg hier raus? Ja, einen Notausgang. Ich bring dich dorthin. Dann los. Nein, warte noch. Was? Hier befinden sich Terabytes an geheimen Daten. Die dürfen Sie nicht in die Hände bekommen. Ist das wirklich wichtig? Sie würden alles über unsere Pläne wissen. Wenn Sie an diese Daten kommen, wäre alles, was wir getan haben, umsonst. Kat. Ja. Die Selbstzerstörung. Du musst sie aktivieren. Sie brechen gleich durch. Die Dämonen brechen durch. Dafür haben wir keine Zeit. Dann mach Zeit, Dante. Scheiße, wir kämpft. Sofort. Es wird nicht lange dauern. Ich helfe dir. Oh fuck. Na gut. Wir brauchen die beiden. Nicht lange. Paar Minuten. Eine goldene Schüttel haben wir noch. Eine goldene Kugel. Ja, man. Schöne Musikwintergrund. Sehr gut. Kilder Maul. Holy crap. Ist das eine Menge. Ja, säg einfach deine anderen ab. Finde ich gut. Wow. Das war extrem schmerz. So. Und. Jetzt seid ihr an der Stelle. Ja, an der Reihe meine ich. Na komm. Und jetzt endlich mal. Noch einer von eurer Sorte, ey. Ja, nauf du schon durch. Weil es ja einfach toll ist. Oh fuck. Ich muss fließen. Ah shit. Wenn man nießen muss. Aber es kommt nichts. Ist aber toll. Na komm. Ja, ach so. Das war jetzt aber ganz, ganz lucky von dem. Cool. Nur noch die zwei hier. Jawoll. Und noch so ein großer. Ja. Ach scheiße. Das hätte nicht unbedingt treffen müssen. Jetzt aber. Jawoll. Erwischt. Oh nein. Wüterbrüthlo. Was zur Hölle. Wüterbrüthlo. Was für ein Name. Aber. Ah, Alter. Okay. Zeit für Siris. Nein, Quatsch. Zeit für. Ähm. Ah, Aquila. Genau. Sehr schön. Okay, what the fuck. So, 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 so. Naja, das war ja klar. Das eine ist. Ach du Scheiße. Fuck. Hey, Dante. Oh. Großartig. Schick. Revenant. Ne. Revenant. Re... Re... Revenant. Revenant. Ja, doch. Eigentlich schon. Eine mächtige Schruppe, die ganze Gegnergruppen treffen und bei... Ah, mehr als verfunken, ja? Eine mächtige Schruppe, die ganze Gegnergruppen treffen und bei nahegelegenen Zielen mächtigen Schaden verursachen kann. Auf X. Ähm. Okay, Moment. Erstmal. Holy shit. Nice. Wow. Wow. Alter, Virtual. Danke. Virtual. Ich kann die Dämonen so lange abhalten, wie du brauchst, aber ich kann Cat nicht vor den Agenten beschützen. Beeil dich. Verstanden. Zwei Minuten. Datenlöschung. 45 Prozent abgeschlossen. Okay. Alles klar. Niemals. Alter, wie genial. Hammerhart. Was für eine geniale Schroppflinte, ey. Und sogar die. Ey, wie genial. Die ist ja mal ein Masters overpowered. Die können mir gar nichts mehr. Auch wenn es ein bisschen unspektakulär aussieht, ich weiß. Aber trotzdem. Na komm. Das sieht gerade echt mega unspektakulär aus. Aber sie ist enorm stark und hilft gerade extrem gut. Weil die Harpien so derbe nervig sind. Einfach näher ran. Na komm, jetzt. Du auch. Das ist so genial. Boah. Ich muss die aber ewigkeitenlang anschießen. Ach komm. Leck dich doch. Braucht mir zu lang. Scheiß Vogelgefieder da. Na komm. Also. Im Prinzip. Damit runterholen kann ich sie ja schon. Um sie dann auf dem Boden Platz zu machen. Na komm. Und. Bäh. Noch kaum das mit dem Moment versaut. Aber jetzt. Puh. Das waren alle. Puh. Oh. Oder auch nicht. Ach komm. Und. Der muss krass aussehen. Stirb doch ehrlich mal. Aber jetzt. Denn halt. Jetzt. Und. Bäh. Ach komm. Wirklich. Geht doch. Oh. Sogar vor der Schlucht. Beziehungsweise vor dem Loch. Like. Sparta. Like Spartan. Was nun? Na komm. Zündungssequenz. Scharf machen. Das sieht nicht gut aus. Na komm. Okay. Ich lasse es mit der Pumpgun. Liebe das hier. Und. Bäm. Na komm. Ich lasse es mit der Pumpgun. Time to die Motherfucker. Na komm jetzt. Stört doch endlich mal. Das ist unglaublich. Die Kack kann ich hier aushalten. Geht doch. Sehr gut. Komm schon. Komm schon. Es ist fertig. Sehr schön. Was? Warte. Was? Was? Was ist mit Kat? In der echten Welt gibt es keinen Ausweg. Nein. Wir können ihr nicht helfen. Gehen wir. Wir können sie nicht zurücklassen. Denk nach. Dante. Wir sind im Limbus und sie ist in der echten Welt. Dieser Ort wird jederzeit hochgehen. Er hat recht. Nein. Und werde dich retten. Nicht schießen. Nein. Scheiße. Komm rein. Komm schon, Dante. Es ist noch nicht vorbei. Fuck nein. 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 Das sehe ich jetzt nicht ein. Ein bisschen abgeschlossen. So ein Scheißdreck. What? Triple S. Triple S. Das gefällt mir nicht. Nächste Mission. Ähm. Das sehe ich jetzt. Wir gehen. Whabe. Vielen Dank.